Als erstes werden es noch heute Nacht die Bahnkunden zu spüren bekommen. Alle Räder stehen still, wenn ein starker Arm es will. Gemeint ist der Arm, der Lokomotivführer. Und es steht nichts weniger auf dem Spiel als die Funktionstüchtigkeit unseres Landes. Missbrauch des Streikrechts, Fragezeichen, machtvolle kleine Gewerkschaften, liebe Zuschauer, das Thema der Phönix-Runde, willkommen bei uns. Meine Gäste, Ursula Weitenfeld, Sie sind Wirtschaftspublizistin. Bei uns ist Ilja Schulz, der Präsident der Vereinigung Cockpit- und Lufthansa-Flugkapitän. Sie haben morgen einen freien Tag, weil die Unternehmenseinheit, in der Sie arbeiten, die streikt der Morgen. Lufthansa Cargo, also der Frachtflugbereich. Das heißt für mich als Gewerkschafter nur nicht einen freien Tag, aber der Streik ist korrekt, ja. Klaus Ernst ist bei uns stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Linken im Bundestag und früherer IG Metall-Bezirksleiter, also ein Gewerkschafter. Der Vollmächtigte in einer Region, der Bezirksleiter, da hätten Sie mich jetzt wirklich befördert. Also das wollte ich jetzt nicht. Also Sie waren jedenfalls für die IG Metall unterwegs und Robert von Steindrück, er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht hier in Berlin. Frau Weitenfeld, heute Nacht Lokomotivführerstreik. Bis morgen früh ist der Streik rechtmäßig? Ja, es gibt einen Arbeitskampf in der Bahn und die können streiken, auch wenn sie nur eine kleine Gruppe in der Bahn vertreten. Herr Schulz, auch die Lufthansa-Piloten streiken, ja, ab morgen früh wieder, die streiken schon einige Zeit, verschiedene Streiktage gab es schon. Sie streiten erbittert vor allen Dingen, um eine Altersvorsorge von der 99 Prozent der Bevölkerung nicht mal zu träumen wagt. Ich meine das jetzt nicht als Sozialneid, sondern die Frage ist, nehmen Sie da billigend in Kauf, dass Tausende von Urlaubern, von Geschäftsleuten da stranden bei jedem Streik, wenn die Passagiersparte bei Ihnen streikt und Sie manchen Geschäftsleuten ja regelrecht auch das Geschäft vermasseln? Nun, es ist so, dass wir natürlich den Streik nur als letztes Mittel einsetzen, nur wenn sich die Gegenseite, in diesem Fall halt die Lufthansa, überhaupt nicht bewegt. Und es geht ja nicht darum, dass wir was erkämpfen wollen, sondern die Lufthansa will etwas, was wir seit Jahren haben, abschaffen, dass wir uns dagegen wehren, ist, glaube ich, ganz normal. Herr Ernst, muss jetzt die Politik einschreiten mit parlamentarischen, mit gesetzgeberischen Mitteln, weil, zugespitzt formuliert, dieser Gewerkschaftsegoismus gezügelt werden muss? Also ich kann einen Gewerkschaftsegoismus erstens überhaupt nicht erkennen. Bei uns wird immer so getan, das Streikrecht, das kommt also kurz nach dem Erdbeben, das ist ein Grundrecht und dass Menschen das in Anspruch nehmen, ist vollkommen normal. Und die Politik muss auch nicht eingreifen, weil das Bundesarbeitsgericht eindeutig entschieden hat, wie die Lage zu sehen ist. Nämlich so, dass eine Gewerkschaft streiken kann, auch wenn sie klein ist. Und damit sehe ich auch überhaupt keinen Handlungsbedarf. Auch wenn man bedenkt, dass ja da vitale Interessen unseres Landes bedroht sind. Es geht ja jetzt nicht um irgendeinen Streik, sondern es geht um einen Streik in Bereichen, der, ich habe es ja eingangs gesagt, quasi die Funktionstüchtigkeit des Landes infrage stellt. Das könnte man natürlich genauso auch an die Arbeitgeberseite richten, weil ein Streik setzt immer voraus, dass man in Verhandlungen nicht zu einer Einigung gekommen ist. Und ich, so wie ich das verfolge, und ich habe ja selber auch an einigen Streiks teilgenommen, als Metallereiner hat sechs Wochen gedauert. Natürlich war das der Untergang des Abendlandes, aber das Abendland hat es gut überstanden. Bis jetzt haben wir auch die Lokführerstreiks gut überstanden, auch die Pilotenstreiks haben wir gut überstanden. Ich habe ja den Eindruck, dass die Auseinandersetzung der Piloten und auch der Eisenbahner zurzeit benutzt werden soll, ganz bewusst eine Stimmung zu erzeugen, um das Streikrecht zu ändern. Und das ist aus meiner Sicht überhaupt nicht notwendig. Was Herr Ernst da anspricht, ist ja die sogenannte Koalitionsfreiheit. Im Grundgesetz steht das, ein bisschen sperriger Begriff, dass das Recht eines jeden Menschen, sich mit anderen zu Vereinigungen, Verbänden zusammenzuschließen, eben auch für Arbeitnehmer, um ihre verbrieften Arbeitnehmerrechte durchzusetzen. Und das ist ja ein hohes Verfassungsgut. Das sieht man schon daran, dass es im Grundgesetz ziemlich weit vorne steht. Ich glaube, Artikel 9. Und eine solche Koalitionsfreiheit schützt ja auch diese Kleingewerkschaften, über die wir heute reden. In der Tat so ist es. Es ist ein Doppelgrundrecht. Es schützt den Einzelnen, der streiten will, und es schützt die Gewerkschaft. Dennoch glaube ich, anders als Herr Ernst, und ich hoffe, dass die Politik handelt, denn wir haben eine andere Situation hier bei diesen Streiks. Das, was wir heute Abend erleben, wenn die Bahn streikt, dieser Streik richtet sich ja eben nicht nur gegen den Arbeitgeber, sondern er richtet sich gegen die Allgemeinheit. Und das sind Leistungen, die nicht nachholbar sind. Und in vielen Regionen, etwa ländlichen Regionen, habe ich auch keine Chance, als Bürger dieses Landes auf ein anderes Verkehrsmittel umzusteigen, wenn ich kein eigenes Auto etwa habe. Und damit besteht eine größere Pflichtenbindung. Deswegen meine ich schon, dass die Politik handeln muss. Wobei die Politik ja nicht handelt. Also Frau Nahles hat ja einen Gesetzentwurf in der Mache. Und sie tut es ja nicht, weil sie sagt, dass die Bahn ein besonderes Unternehmen ist. Sondern dieser Gesetzentwurf geht ja einfach darum, dass die Politik gerne durchsetzen möchte, dass man in einem Betrieb nur eine Gewerkschaft, nur mit einer Gewerkschaft verhandeln soll oder muss. Nämlich mit der, die die meisten Mitglieder organisiert hat. Da geht es eben vor allem darum, dass man eben nicht in einem Betrieb eine kleine Gewerkschaft hat, die streikt und den Betrieb lahmlegt. Und möglicherweise die Mehrheit der Mitarbeiter in einem anderen Betrieb, in einer anderen Gewerkschaft organisiert sind. Und dann eben praktisch der gesamte Betrieb nur von Partikularinteressen. Da habe ich noch eine Frage. Sie treten ja auch als Schutzpatronen dieser kleinen Gewerkschaften aus. Wenn es jetzt zu dieser Altregelung käme, einer Tarifeinheit, wie es früher war, da ist die Mehrheitsgewerkschaft im Betrieb maßgeblich in ihr Tarifvertrag. Nee, nee, war nicht so. Das ist ja oft eine DGB-Gewerkschaft. Ja, ja, das war aber nicht so. Wir hatten früher das Spezialitätsprinzip. Das bedeutet, auch damals gab es unterschiedliche Tarifverträge. Nur die Rechtsprechung war so, dass jeweils die Gewerkschaft, die den spezielleren Tarifvertrag gemacht hat, deren Tarifvertrag hat dann für alle gegolten. Der speziellere Tarifvertrag musste nicht unbedingt die größere sein. Ich habe erlebt, dass die kleine CGM, das ist die christliche Gewerkschaft, das war nur eindeutig eine arbeitgeberfinanzierte Gewerkschaft und gesteuerte Gewerkschaft, ohne Mitglieder in einem Betrieb einen Tarifvertrag gemacht hat und der hat gegolten. Auch für die größere Gewerkschaft. Aber in der Praxis würden ja die DGB-Gewerkschaften davon ja profitieren. Wenn man sagt, jetzt gilt das Prinzip, der Tarifvertrag der Mehrheitsgewerkschaft wäre im Regelfall ja eine DGB-Gewerkschaft. Sie sind IG Metaller, was ja nicht Ihnen recht sein müsste. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, zum damaligen Zeitpunkt, was die CGM anging, haben wir gedacht, naja, das Ding ist geregelt, wenn wir das umkehren und dann einfach die größere entscheidet. Aber das Problem ist, dass wir natürlich Bereiche haben, das muss man ganz offen sagen, auch ich sage das als einer, der im DGB ja sehr aktiv war, beziehungsweise in der IG Metall. Es gibt Bereiche, da waren die Gewerkschaften nicht so erfolgreich, die großen. Zum Beispiel bei den Piloten oder zum Beispiel auch jetzt bei den Lokführern. Zum Beispiel auch bei den Ärzten. Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist eine andere. Die Tariflandschaft ist zersplittert, weil die Arbeitgeber die Berufe und die Unternehmen zersplittert haben. Wir haben zum Beispiel in einem Betrieb unterschiedlichste Verträge. Da haben Sie Leiharbeiter, da haben Sie befristete Verträge, da haben Sie Leute, die arbeiten 30 Stunden, da haben Sie Werkverträge. Da regt sich der Arbeitgeberverband nicht drüber auf, über diese Zersplitterung der einzelnen Verträge. Man regt sich nur auf, wenn sich eine Berufsgruppe oder eine Gruppe von Leuten, in dem Fall die Lokomotivführer, für sich entscheiden, wir wollen wieder anständig bezahlt werden und wir wollen es wieder leben, dann haben wir den Konflikt. Da würde ich Herrn Ernst etwas widersprechen wollen. Wir hatten ein Ordnungsprinzip, das die Rechtsprechung durch die ganze Bundesrepublik bis vor vier Jahren postuliert hat. Das heißt, ein Betrieb, ein Tarifvertrag, ganz einfach. Richtig, nach dem Grundsatz der Spezialität, aber es gab ein Ordnungsprinzip. Ich habe pro Betrieb einen Tarifvertrag exekutiert. Dieses Prinzip ist von der Rechtsprechung aufgegeben worden. Und ich meine, die Bundesrepublik hat sehr davon profitiert, dass wir über all diese Jahre weniger Streiks hatten und auch in der Belegschaft Frieden hatten. Denn es ist schwierig, in Belegschaften verschiedene Tarifverträge zu exekutieren. Möglicherweise mit unterschiedlichen Arbeitszeitregelungen, mit unterschiedlichen Gehältern. Das alles bringt sehr viel Unfrieden in die Belegschaft und es ist ein Element der Entsolidarisierung. Dann können wir das ja gleich an Herrn Schulz weiterreichen. Die Piloten, nur ganz kurz als Anhängsel meine Frage, die Piloten sind ja sehr privilegiert. Es gibt ja aber auch noch andere, die bei der Lufthansa arbeiten, die das möglicherweise nicht so gut finden und denken, dass dieser Streik der Piloten auch auf ihrem Rücken ausgetragen wird. Es ist doch so, dass es diese Gewerkschaftspluralität in Deutschland seit Jahrzehnten als Erfolgsmodell gegeben hat. Mit dieser Pluralität sind sowohl Unternehmen groß und erfolgreich geworden, als auch die dazugehörigen Arbeitsplätze. Es gibt doch keine neue Vereinigung Cockpit oder eine neue GDL. Die GDL ist eine der ältesten Gewerkschaften, die wir hier in Deutschland haben. Das heißt, dieses Prinzip hat es immer gegeben und daran hat sich auch seit 2010 überhaupt nichts geändert. Es gibt keine neuen Gewerkschaften auf der Tarifbühne. Es gibt keine häufigeren Streiks. Es ist nach wie vor so, dass wir im langjährigen Durchschnitt niedriger liegen als der bundesdeutsche Durchschnitt. Auch nach 2010 ist es nach wie vor so, dass die Spartengewerkschaften weniger Streiktage pro Kopf haben als die Großgewerkschaften. Von daher gibt es kein Problem, was irgendeine Regelung bedarf. Das stimmt nicht ganz. Das Institut der deutschen Wirtschaft hat das ja gerade untersucht in einer neuen Studie. Und da wird eben schon sehr deutlich, dass sie die krawalligeren Gewerkschaften sind. Man kann sich dann darüber unterhalten, ist die Konfliktintensität bei ihnen deshalb höher, weil sie eben neu im Spiel sind und weil man eben erstmal sich zurecht ruckeln muss, bis man eben einfach ein Verfahren findet, was für alle gängig und lebbar ist. Oder ob es eben per se so ist, dass die Spartengewerkschaften mehr Konflikte eingehen. Aber die Studie zeigt halt, sie haben eine höhere Konfliktintensität. Also die Verhandlungen laufen schneller auf den Konflikt zu und sie dauern viel, viel länger. Es ist schön, dass Sie die Studie ansprechen, weil mich wundert gar nicht, dass bei dieser Studie das rauskommt. Nachdem es jahrzehntelang das Maß der Dinge war, wie viele Ausfallzeiten habe ich pro Kopf für die Gewerkschaft, für die Kampfbereitschaft einer Gewerkschaft, ist jetzt, wo es um Thema Tarifeinheit geht, von den Arbeitgebern ein Institut, was Arbeitgeberfinanziert ist, genutzt worden, um eine neue Systematik zu entwickeln. Ich weise ja nur darauf hin, dass sich etwas verändert hat. Also ich will das gar nicht bewerben. Die Systematik ist doch willkürlich festgelegt. Das Punktesystem, was hinten dran liegt. Würden Sie ein anderes Punktesystem hinterlegen, würden andere Gewerkschaften rauskommen. Und obwohl es eine arbeitgeberfinanzierte Studie ist, gucken Sie mal genauer hin. Eine Vereinigung Cockpit liegt in der dort bewerteten Konfliktbereitschaft. Zum Beispiel deutlich unter einer Verdi. Aber Herr Schmidt, Sie werden noch nicht bestreiten, dass die kleinen Gewerkschaften in Tarifgemeinschaften früher zusammen mit den Großen verhandelt haben. Und diese Tarifgemeinschaften gibt es nicht mehr, seitdem die kleinen Gewerkschaften streiken können, weil ihre Tarifverträge dann auch gelten. Also das System hat sich schon grundlegend seit 2010 geändert. Und ich denke, diese Statistiken, da warten wir mal ein paar Jahre ab, ist auch nicht ganz richtig, wenn Sie sagen, dass keine neuen Gewerkschaften die Bühne betreten. Und wir erleben, dass Berufsgruppen, die hochqualifiziert sind, bis hin zu Werksfeuerwehren, dazu übergehen, Zug um Zug neue Spartengewerkschaften oder Berufsgruppengewerkschaften aus der Taufe zu heben. Und wenn wir das fortschreiben, diese Entwicklung, dann werden wir in ein paar Jahren es doch erleben, dass die Streiks nicht nur intensiver werden, sondern auch an Zahlen zunehmen. Und wir werden, wenn ein Unternehmen mit fünf Gewerkschaften verhandeln und fünfmal Tarifverträge schließen muss, mit fünfmal Friedenspflichten, wird die Situation weitaus schwieriger. Das ist genau das, was wir bei der Bahn jetzt erleben. Es wäre aber kein Problem, wenn ich den Satz noch sage. Es wäre kein Problem. Es gibt nur, eigentlich, ich sage es immer sehr pointiert, aber es stimmt im Prinzip, es gibt nur zwei Länder, die noch weniger streiken als wir. Das ist die Schweiz und der Vatikanstaat. Und da kann ich nur sagen, wir haben ein Problem, dass bei uns so wenig gestreikt wird. Wissen Sie warum? Wenn Sie sich insgesamt die Lohnentwicklung in dem Land ansehen, dann merken Sie, dass wir seit 2000 bis 2013 nicht nur stagnierende, sondern sinkende Löhne haben. Vielleicht ist das auch ein Problem der großen Gewerkschaften. Aber ganz bestimmt nicht der Pilot. Nein, nein, der großen. Und deshalb haben sich ja dann vielleicht auch andere gebildet oder aktiviert und haben gesagt, Freunde, Moment, jetzt reicht. Die auch besser Interessen durchsetzen können als manche Mitglieder von DGB-Gewerkschaften. Aber lassen Sie es nochmal, es geht ja hier nicht um Streikrecht, das steht ja hier nicht zur Disposition, sondern die Frage, was ich mit Streiks auslöse. Also Piloten streiken, ein Szenario, Geschäftsleute können nicht zu geschäftlichen Besprechungen, wo Verträge abgeschlossen werden sollen. Ein Lieferant verliert seinen Auftrag, man geht in ein anderes Land, wo Lieferungen möglich sind ohne großes Streikrecht, Russland oder China. Das heißt, diese Firma verliert den Auftrag, vielleicht einen ganz wichtigen, großen Auftrag, der wichtig ist für die Firma, muss möglicherweise Leute entlassen. Der Unterschied zu anderen Streiks ist ja, dass bei den Piloten und gewisserweise auch bei den Lokomotivhörern ja nicht nur das eigene Unternehmen geschädigt wird, was ja auch Sinn des Streikrechts ist, damit man auch Macht ausüben kann als Arbeitnehmer, sondern dass quasi ein volkswirtschaftlicher Kollateralschaden entsteht bei Leuten, die mit diesem Streik eigentlich gar nichts zu tun haben. Das haben Sie bei jedem Streik, selbst wenn in der Metallindustrie gestreikt wird, werden Teile nicht geliefert, die in einer ganz anderen Branche eingebaut werden. Also Sie haben beim Streik immer eine Auswirkung. Und das ist ja auch gewollt. Das ist, was gewollt ist, nein, nein, nein. Da würde ich jetzt auch mal die Kollegen von der Eisenbahn und von den Piloten entschuldigen. Das ist ja nicht das Ziel, die Kunden zu treffen. Aber ja. Das Problem, nee, das Problem ist, Entschuldigung, darf ich das zu Ende sagen? Warum wird bei Werden immer die Müllabfuhr bestreikt? Das Problem ist, wenn Sie streiken, haben Sie eine Auswirkung und es ist so, dass Sie als Lokführer schlichtweg, wenn Sie streiken, die Lok nicht fahren lassen. Dass das Auswirkungen hat, ist selbstverständlich, wie jeder andere Streik auch. Dann können wir sagen, die Müllabfuhr... Aber dass die Lokführer nicht wissen, welche Auswirkungen sie damit haben, das wollen Sie nicht. Wieso sollen die, natürlich wissen die, dass die dann die Leute nicht befördern und der Pilot weiß, dass sie nicht einsteigen können. Das ist ja nicht bescheuert. Das Problem ist was anderes. Warum richten Sie die Frage eigentlich nicht an die Arbeitgeber? Denen wird was genommen und die wehren sich. Man muss die Luftanzer fragen, was sie eigentlich den Geschäftsleuten antut, dass sie ihre Piloten das Geld nehmen will und damit in Kauf nimmt, dass die zu anderen Fluggesellschaften abwandern. So gibt es im Schuh. Nach Russland gehen die nicht. Zurzeit jedenfalls nicht. Und nach China auch nicht. Aber das Problem besteht natürlich, dass immer wenn ein Unternehmen bestreikt wird, das Probleme hat mit denen, die nicht bestreikt werden. Aber verantwortlich sind doch nicht immer die, die da unten die Arbeit machen. Verantwortlich sind doch die auch mindestens zum selben Maße, mindestens zum selben Maße in einem Konflikt, die denen was nehmen wollen. Oder die jahrelang bei uns, die Lokführer, schlechter bezahlt haben als das europäische Ausland. Die sind verantwortlich für den Konflikt, nicht nur die Gewerkschaften. In dem Punkt hat der Ernst völlig recht. Das ist Teil des Streikrechtes ist, dass sich eben ein Tarifkonflikt, der von Arbeitgebern und Arbeitnehmern provoziert und auch beigelegt werden muss, dass der sich natürlich in einem Streik und im Streikrecht dann manifestiert. Die Frage finde ich ist nur, und das ist ja das, worüber wir hier reden, ob man, wenn man weiß, es gibt strategisch wichtige Gruppen in einem Unternehmen. Also wenn ich einen Flughafen bestreiken würde als Verdi-Gewerkschaft, würde ich die Flughafenfeuerwehr bestreiken, weil ich dann vergleichsweise wenig Streikgeld bezahlen muss, aber den ganzen Betrieb lahmlegen kann. Wenn es im öffentlichen Dienst Tarifkonflikte gibt, dann wird ja nicht die Verwaltung bestreikt, sondern dann wird gestreikt in den Kindertagesstätten, weil ein Konflikt damit öffentlich und auch gesellschaftlich relevant wird. Und das ist natürlich etwas, was die Arbeitnehmer wie die Arbeitgeber eingehen, diesen Konflikt, damit es eben auch einen Diskurs darüber gibt, ist das gerechtfertigt oder nicht. Man will diese Wirkung haben und Sie wollen die ja auch. Aber Sie sprechen das doch jetzt an, dass dies genau eine Taktik ist, die die Großgewerkschaften ganz gezielt einsetzen. Wir machen das ja nicht gezielt. Sie machen das doch auch. Wir können ja nichts anderes machen, als die Piloten in den Schweig schicken, wir vertreten nur die Piloten. Es gibt sie ja nur, weil die Piloten eine strategische Stellschraube in jedem Flugzeug sind. Ohne Pilot fliegt es nun mal nicht. Ja, aber das ist eines dieser Gerüchte, die sich halten zu den Spartengewerkschaften. Uns gibt es deshalb, weil wir es schaffen, unsere Kollegen zum extrem hohen Prozentsatz zu solidarisieren. Ich will das gar nicht bewerten, aber es ist eben... Die Kleinere nicht schaffen. Wenn alle Krankenschwestern streiken, dann steht ein Krankenhaus still. Wenn alle Flugbegleiter streiken, dann steht die Lufthansa auch still. Das ist nichts anderes. Der Unterschied ist, dass alle Krankenschwestern nicht streiken dürfen. Ja, aber bei den Flugbegleitern ist das möglich. Sie dürfen streiken, aber sie dürfen nicht alle streiken. Oder beim Bodenpersonal einer Lufthansa oder einer Bahn. Es ist nichts anderes. Jede Berufsgruppe kann das machen. Sie schaffen es nur nicht, diesen Organisationsgrad hinzukriegen und diese Solidarisierung zwischen ihrem eigenen Personal, so wie das bei uns ist. Und es ist doch erstaunlich, dass wir mit jeder anderen deutschen Fluggesellschaft in den letzten Jahren viele große und wichtige Tarifverträge abgeschlossen haben. Es gibt keine, der es wirtschaftlich so gut geht wie der Lufthansa. Es hat eben auch keiner mehr solche Privilegien wie die Lufthansa-Piloten. Die Personalkosten sind aber auch bei Ihnen nicht am höchsten. Trotzdem haben wir Tarifverträge abgeschlossen, die die Bedingungen bei den Leuten verbessert haben. Wir hinken bei Lufthansa übrigens hinterher. Es ist so, dass die Piloten weniger ausgeglichen haben über die letzten Jahre, als es der Allgemeinbürger in Deutschland gemacht hat. Das soll kein Klagen sein, das ist nur ein Fakt. Sie sprechen aber deshalb die letzten Jahre an, weil die letzten 20 Jahre natürlich die allgemeinen Arbeitgeber tatsächlich in anderen Bedingungen waren. Und Sie haben eben einmal durch die Sozialpolitik Einschnitte hingenommen und Sie haben Arbeitszeitverlängerungen. Übrigens auch die Beamten, alle haben das hingenommen. Und ich finde es schon auch ein berechtigtes... Schade, dass Sie das getan haben. Das ist doch das Problem. Ja, aber ich meine, man muss es doch nicht bewerten. Es ist doch legitim. Sie bewerten es doch aber gleich. Aber es ist doch legitim, wenn ein Arbeitgeber diesen Wunsch hat und wenn er das verhandeln möchte und wenn er darauf hinweist, dass eben die Verhältnisse sich so verändert haben, dass man es verhandeln muss. Das ist legitim und genauso legitim ist, dass sich die Leute das nicht gefallen lassen. Wir verweigern uns doch gar keine Verhandlungen. Es ist doch einfach, dass am Ende der Verhandlungen der Arbeitgeber die Möglichkeit hat, Fakten zu schaffen, indem er zum Beispiel in unserem Bereich versucht, Arbeitsplätze auszulagern ins Ausland und wir als Gewerkschaft haben als einziges Mittel nun mal den Streik dagegen. Darf ich mal ganz kurz zum Thema... Im Endeffekt, ja. Sie haben als Mittel auch die Verhandlung. Ja, natürlich, aber nur, wenn diese nicht funktioniert, muss man dann eben die anderen Mittel noch leisten. Herr Schulz, zu Ihrem Unternehmen, zur Lufthansa, die sagen ja, wir sind in einer unglaublichen Konkurrenz in Europa, die Billigflieger in Übersee, Interkontinental, die staatlich subventionierten Airlines aus Arabien und aus Asien. Haben Sie denn Angst um die Existenz Ihres Unternehmens, auch gerade wenn jetzt durch Streiks dieses Unternehmen weiter finanziell in eine Schieflage gerät? Ich glaube, ein Streik kostet 70 Millionen Euro. Also die Lufthansa hat gerade etwa 100 Millionen beziffert. Ich glaube, dass die Streiks in dieser Größenordnung zwar schmerzhaft sind, aber nicht für die Existenz der Lufthansa jetzt irgendeine Relevanz haben. Wenn Sie gerade die Konkurrenz ansprechen, die aus den Golfstaaten kommt, von dort staatlich hoch subventionierten Unternehmen, dann könnten wir als Mitarbeiter nicht nur die Piloten, sondern alle umsonst arbeiten und wir könnten gegen die nicht ankonkurrieren. Wenn hier unsere Politik nicht Rahmenbedingungen schafft, damit die deutsche Wirtschaft, gerade auch die so international tätig ist wie im Luftverkehr, auf einem Level Playing Field wieder mit den Konkurrenten agieren kann, dann ist es sowieso schwer genug für die deutsche Wirtschaft. Aber wenn Sie sagen, dass Sie zum Nulltarif arbeiten, dann ist das ja so ungefähr, dann ist die Lufthansa ja eigentlich im Wettbewerb überflüssig. Oder habe ich Sie jetzt zweitverstanden? Ich glaube, dass die Lufthansa nicht im Wettbewerb überflüssig ist, sondern für die deutsche Infrastruktur eine ganz relevante Größe hat. Wollen Sie denn eins der zentralen Infrastrukturteile, nämlich den Luftverkehr, an die Staaten ausgeben, wie zum Beispiel an den Golf? Das kann doch nicht Ziel einer Bundesregierung sein. Also soll bei uns auch staatlich subventioniert werden? Ich würde nicht von staatlichen Subventionen. Nur man muss sich überlegen, ob man den kompletten Liberalismus, so wie er betrieben wird, mit, sagen wir mal, mit Konkurrenten zulässt, die eben mit anderen Rahmenbedingungen arbeiten. Die Bundesregierung tut gut daran, sich bei den Verkehrsrechten sehr genau anzugucken, ob es jetzt eine Emirates zum Beispiel neue Verkehrsrechte für Deutschland gibt. Ja, die Frage ist, ob das über das Arbeitskampfrecht ausgeglichen werden kann. Der Arbeitskampf ist etwas ganz Atavistisches. Da laufen zwei mit dem Knüppel aufeinander los. Und der Staat ist eigentlich nur der Schiedsrichter, der darüber sorgen muss, dass beide ungefähr einen gleich dicken Knüppel in der Hand haben. Das klappt aber im Arbeitskampf, insbesondere in den Bereichen, über die wir gerade diskutieren, Transport und Gesundheitswesen, schon deswegen nicht, weil hier der Arbeitgeber die Mittel, die man sonst hat, aussperren, gar nicht kann. Die Bahn hat einen Beförderungsauftrag, kann die Lokführer nicht aussperren. Im Übrigen ist das eine kleine Berufsgruppe, die insbesondere in ihrem Fall hochqualifiziert ist, die ich auch gar nicht am Markt woanders ersetzen kann. Das heißt, die normalen, deswegen würde ich auch etwas bestreiten, dass sie sagen, die Arbeitgeber sind hier, sie mögen mitverantwortlich sein. Aber sie haben schon deswegen ein Problem, weil sie im Arbeitskampf überhaupt nicht gleichwertige Waffen inzwischen mehr haben. Insbesondere in den Bereichen der Daseinsvorsorge. Die Bahn kann nicht aussperren. Aber die Lufthansa kann aussperren. Die Lufthansa, da ist es ja auch ein bisschen anders. Es kommt nur noch ein zweiter Aspekt. Und die Wüste gar nicht beruhigt, die Bahn nicht aussperren kann. Wenn ich das noch zu Ende sagen darf, Herr Ernst. Bei der Bahn haben wir noch einen weiteren Effekt. Und das geht einher mit dieser Entsolidarisierung, dass sich die kleinen Gewerkschaften gegenseitig, das tun sie nicht, die Kundengruppen abjagen. Das, was Herr Wieselski gerade tun möchte, ist eben nicht nur die Lokführer zu vertreten, sondern auch die Zugbegleiter, die Fahrdienstleiter und eben weitere Berufsgruppen. Aber es ist doch schön, wenn es Wettbewerb unter den Gewerkschaften geht. Ja, aber alles das geht auf Kosten des Arbeitgebers und der Allgemeinheit. Und das ist schon die Frage, ich meine, dass da die Politik eben doch eingreifen muss. Das verstehe ich immer nicht. Warum geht das zu Lasten der Allgemeinheit? Also wenn man einfach mal sagen würde, wir sind in einer neuen rechtlichen Situation, wie es 2010 durch das Urteil des Bundesarbeitsgerichts eben entstanden, zu sagen, es kann durchaus auch mehrere Tarifverträge in einem Unternehmen geben. Wir sind in einer Situation, an die wir uns gerade gewöhnen. Und das sehen wir eben auch durch diese Tarifkonflikte, die wir im Moment haben. Aber warum schädigt das auf die Dauer die Allgemeinheit? Also wenn man noch mal überlegt, warum es dieses Prinzip im deutschen Tarifrecht gibt, dann ist es ja so eine Erfahrung aus der Weimarer Republik gewesen. Also historisch hat man gesagt, als die Bundesrepublik gegründet wurde, unter anderem haben die dauernden Arbeitskämpfe in Unternehmen die Weimarer Republik so destabilisiert, dass es dann am Ende zum Ende dieses demokratischen Staates kam und zum Nationalsozialismus. Deshalb hat man dann mit dem Grundgesetz und eben mit auch der Rechtsprechung dafür gesorgt, dass eben in Deutschland vielleicht, und deshalb hat man es ja nicht direkt ins Grundgesetz geschrieben, sondern man hat es der Rechtsprechung überlassen, vielleicht hat man bis Deutschland so stabil ist, dass es eben auch andere Systeme wieder aushält und auch andere Verhandlungsregime wieder aushalten kann. Vielleicht sind wir ja jetzt so weit, dass wir diese anderen Regime aushalten können. Es destabilisiert den Staat ja nicht, wenn mehrere Gewerkschaften in einem Unternehmen unterwegs sind und es destabilisiert ihn auch nicht, wenn die Gewerkschaften untereinander sich Konkurrenz machen um das beste Prinzip. Also da möchte ich gerne wissen, was die Allgemeinheit dazu bringt. Die Allgemeinheit deswegen, weil wir hier über Bereiche der Daseinsvorsorge reden, wo nochmal der bestreikte Gegner eigentlich die Allgemeinheit ist. Das heißt, wenn bei der Bahn sich kleine Gewerkschaften gegenseitig bekämpfen, um sich die Kunden abzujagen und jeder einen Überbietungswettbewerb macht und noch höhere Lohnforderungen stellt, um noch mehr Leute zu sich rüberzuziehen, dann ist das Unternehmen der Leidtragende und die Allgemeinheit, weil wir natürlich viel mehr Arbeitskämpfe haben, wenn die Gewerkschaften nicht gegen die Arbeitgeber kämpfen, sondern gegen sich selbst kämpfen. Es destabilisiert die deutsche Wirtschaft und übrigens funktioniert auch in der Praxis nicht. Wir haben in jedem Tarifvertrag sogenannte Inhaltsnormen, die sagen, wie viel Lohn ich bekomme und so weiter und Betriebsnormen, die regeln zum Beispiel die Arbeitszeit. Sie können aber in einem Betrieb nicht mit verschiedenen Betriebsnormen arbeiten. Sie können nicht mit unterschiedlichen Arbeitszeitregimen arbeiten. Es gibt einfach bestimmte Dinge, die müssen in einem Betrieb einheitlich sein. Wir haben in der Praxis jetzt schon die Situation, dass diese Tarifpluralität in den Betrieben zu erheblichen Problemen führen kann. Es kommt ja noch eins dazu, der Arbeitgeber darf gar nicht nach der Gewerkschaftszugehörigkeit fragen, damit keine Diskriminierung entsteht. Er muss aber unter Umständen jetzt in Betrieben ganz unterschiedliche Tarifregime exekutieren, nochmal mit unterschiedlichen Arbeitszeitmodellen und, und, und. Also wir stoßen da jetzt schon. Das ist ja ganz kurz, was das Modell, ich würde noch als Beispiel nehmen. Da geht es ja um den Kampf vor allem zwischen den Gewerkschaften der Lokomotivführer und der EVG, der Eisenbahnverkehrsgewerkschaft, und der DGB-Gewerkschaft, sozusagen Kollegen von Ihnen, ein solches Gegeneinander, wenn man sich sozusagen um Mitglieder balgt und deren Mitgliedsbücher, schadet das nicht dem Betriebsfrieden? Zu reden wir mal nicht von Streik und von Kunden? Da kann ich Ihnen Beispiele von Arbeitgebern sagen, was die so machen, das schadet dem Betriebsfrieden viel mehr, die lösen ja den Streik erst aus. Aber Sie haben an einem Punkt vollkommen recht. Auch unser Modell wäre eigentlich so, was wir befürworten würden, dass wir eine starke Gewerkschaft in einem Betrieb haben. Das ist aber ein Problem, das müssen die Gewerkschaften unter sich regeln. Und das kann man nicht gesetzlich regeln. Dass Tarifpluralität schon ein Problem ist, das ist äußerst abwegig. Wissen Sie warum? Weil die Arbeitgeber selbst diese Tarifpluralität erzeugen. Ich will Ihnen ein Beispiel sagen. Großes Unternehmen, F.A.G. Kugel Fischer, will seinen Bereich des Versandes auslagern, zu einer anderen Gewerkschaft gehen, in dem Fall zur Verdi, weil die billigere Tarife haben. Um das auch hinzukriegen, soll auch der Betrieb rechtlich verselbstständigt werden. Das geht dann. Da jubeln die Arbeitgeber und sagen, freudig, wir haben ja die Löhne durch dieses Modell senken können. Also, dass jetzt die Arbeitgeber kommen, wir brauchen Tarifeinheit, das ist in der Praxis durch die Arbeitgeberposition, immer dann, wenn es Ihnen nützt, massiv widerlegt. Deswegen konnte ich das Argument überhaupt nicht ernst nehmen, dass Tarifpluralität ein Problem wäre. Die Arbeitgeber lagern ihre Produktion aus, machen einzelne Einheiten mit unterschiedlichen Tarifen. In einem gehen Sie in den Verband, dann machen Sie OT-Verbände, da gehen Sie überhaupt nicht mehr in den Tarifvertrag. OT heißt ein Arbeitgeberverband ohne Tarifbindung. Gut, dass Sie es sagen, weil ich verstehe das sonst draußen gar nicht. Auf wegen der Zuschauer. Schon richtig, ja. Aber da ist man in den Fachschaden. Also, das heißt, die Arbeitgeber zersplittern, die Tarifverträge. Und wenn es dann welche gibt, die sich dagegen wehren und sagen, wir wollen trotzdem vernünftige Einkommen, vernünftige Bedingungen, dann sagen Sie, bitteschön, die Tarifpluralität ist in Gefahr. Es geht um nichts anderes, als den Status quo, den Sie haben, aufrechtzahlen. Das heißt, dass Sie bestimmen, um Streik möglichst verteufelt wird. Und da bin ich froh, dass wir dagegen momentan einen großen, auch juristischen Vorbehalt haben. Es war ja der Di Fabio, der Bundesverfassungsrichter, der gesagt hat, lass die Hände weg vom Streikrecht. Das ist durch die Verfassung geschützt. Er hat einen Gutachten im Auftrag des Marburger Bundes geschrieben, dass er dann zuverlässigem Ergebnis kommt. Ich weiß schon, drei Juristen streiten sich unter Meinungen. Deshalb sage ich, das muss man praktisch lösen. Streikrecht dürfen sich auch die Gewerkschaften nicht nehmen lassen. Das ist ein Grundrecht. Und wenn da Streikrecht angefasst werden, dann müssen sich die Gewerkschaften kollektiv nehmen. Aber es geht ja noch mal um die Folgen eines Streiks, nicht um die Fragen des Streikrechts. Jetzt ging es gerade um die Lufthansa, um die Piloten, um deren Inhalte. Das ist ja eine andere Frage. Wenn es um die Folgen eines Streiks geht, ich kann es nur wiederholen, also wir haben sechs Wochen in Baden-Württemberg gestreikt, über sechs Wochen, zur Einführung der 35-Stunden-Woche. Natürlich hatte das Auswirkungen. Bei Automobilbetrieben wird dann ein Auto später ausgeliefert. Da fällt ein wesentlicher Bestandteil der Daseinsvorsorge oder unseres Landes in Gefahr, nämlich die Mobilität. Das ist doch ein Unterschied. Das, was wir machen, ist doch keine Daseinsvorsorge. Also Daseinsvorsorge ist die Grundversorgung der Bevölkerung. Da geht es um Gas, da geht es um Strom, um Wasser, um Sicherheit, wie Polizei, um Krankenversorgung. Aber ob nun, Sie haben das Beispiel doch selber genannt, ob nun ein Manager an einem Termin teilhaben kann oder der in Form von einer Videokonferenz stattfindet oder ob nun jemand einen Tag später irgendwo hinkommt, das ist zwar bedauerlich und verursacht Unannehmlichkeiten, aber es ist doch keine Daseinsvorsorge. Aber damit stellen Sie doch jetzt das Geschäftsprinzip der Lufthansa komplett infrage. Wenn Sie sagen, egal ob die pünktlich sind, ist es egal, ob Sie überhaupt fliegen und es ist egal, ob der Manager telefoniert. Also bitte. Wir diskutieren doch eigentlich um den Kern, einfach nur außenrum. Wir reden davon, welchen Ausfluss haben irgendwelche Streiks, gibt es dafür eine Legitimation, gibt es eine übergeordnete Schiedsstelle, die entscheiden muss, ob ein Grundrecht abgeschafft für bestimmte Gruppen nicht mehr gelten soll, einfach, weil die Unternehmen damit nicht klarkommen. Also dass wir so außenrum reden, hat natürlich den Grund, dass ja viele davon betroffen sind. Wir reden von den Betroffenen. Und klar, die Piloten haben ihre wohlverstandenen Interessen, darum geht es ja auch gar nicht. Die wird Ihnen ja auch niemand nehmen. Die Frage ist ja, was für Auswirkungen diese Streiks haben. Niemand will ein Grundrecht wecken. Es geht auch gar nicht. Es steht auch, glaube ich, außerhalb jeder Debatte, dass das Streikrecht nicht weggenommen werden kann. Nur auch die Bürgerinnen und Bürger, die betroffen sind, haben auch Grundrechte. Das ist aber das, was die Bundesregierung möchte. Sie möchte dafür sorgen, dass wenn die Mehrheitsgewerkschaft einen Tarifvertrag geschlossen hat, dass dies eben auf das Streikrecht, das heißt, die Nichtstreikfähigkeit, sich auf alle auswirkt, auch auf die Batengewerkschaft. ein Grundrecht auf Bauen fahren habe ich noch nicht gelesen. Auch ein Grundrecht auf Fliegen habe ich noch nicht gelesen. Sehr gut, aber Herr Ernst, dann gehen wir beide jetzt nachher um 21 Uhr zum Berliner Hauptbahnhof und unterhalten uns mit den gestrandenen Reisemannn. dass denen kann ich keine Grundrechte haben. Das können wir gerne machen. Und ich habe die Erfahrung, dass wenn ich zum Beispiel mit Leuten rede, auch übrigens im Flieger, bin ja ab und zu im Flieger unterwegs, und wenn ich sage, die Lufthansa, wenn man mit denen spricht und sagt, um was es geht, dass die gar nicht mehr wollen erst mal, sondern sie wollen nach wie vor vernünftig in Rente gehen können. Und da gibt es Rücklagen von einer Milliarde, die die Lufthansa offensichtlich einkassieren will. Das ist doch der Hintergrund. Ja, warum, wenn ich dem Bürger das sage, und dann akzeptieren die das. Und auch beim Bahnfahren. Wir dürfen nochmal den Gedanken weiterspinnen. Also heute Abend streikt die Bahn, morgen früh streikt die Lufthansa. Im Cargo. Jetzt haben wir im Cargo, richtig. Jetzt haben wir in der Zeitung gelesen, dass Sie sich mit Herrn Weselsky da schon etwas abstimmen. Ich frage mich nur, was ist, wenn Sie sich plötzlich nicht mehr so mögen und nicht abstimmen? Dann können Sie ja auch beide zusammenstreiken. Wir sind hier angewiesen als Allgemeinheit letztlich auf Ihr gutes Einvernehmen. Wenn Sie kein gutes Einvernehmen haben, dann können wir Situationen erleben, die für die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes und für die deutsche Wirtschaft äußerst schädigend sind. Da ist schon die Frage, ob das eigentlich durch Richterrecht zu lösen ist oder ob hier nicht der Gesetzgeber tätig werden muss. Keiner sagt, dass man Ihnen ein Grundrecht nehmen will. Das würde ich jetzt gerne mal aufnehmen. Heute Nacht wird auf deutschen Bahnsteigen viel geflucht. Morgen früh möglicherweise in einigen Betrieben, die auf ausbleibende Luftfracht aus Asien warten. Jetzt ist immer wieder der Ruf, da muss der Gesetzgeber etwas machen. Welche Möglichkeiten hat der Gesetzgeber überhaupt, zu sagen, selbst wenn das jetzt in Zweifel gestellt wird mit der Daseinsvorsorge, welche Möglichkeiten hat der Gesetzgeber hier so einzugreifen, ohne dass das Streikrecht und die Koalitionsfreiheit tangiert werden? Naja, die Spielräume sind nicht so sehr groß und deshalb tut sich ja die Ministerin alles auch so schwer mit dem Entwurf. Der soll ja in zwei Wochen kommen, neuer Gesetzentwurf, der eben die Tarifeinheit regelt. Und der Gesetzgeber lässt sich da übrigens weder von der Allgemeinheit und der Daseinsvorsorge leiten, noch lässt er sich von der Frage leiten, was die Arbeitgeber vielleicht mitverschulden und mit zu verantworten haben, sondern er lässt sich eben zunächst mal einmal davon leiten, dass es möglicherweise ja auch einen Schutzauftrag gibt für die Arbeitnehmer in dem Betrieb, die keine gute Verhandlungsposition haben. Und das ist ja etwas, was in unserer Diskussion jetzt gar keine Rolle gespielt hat. Was ist denn mit den Leuten bei der Lufthansa, bei der Bahn, in anderen Unternehmen, in Krankenhäusern, die möglicherweise keine gute Verhandlungsposition haben und die bisher davon profitiert haben, dass es eben strategische Größen im Unternehmen gab, die man in den Streik schicken konnte. Also die Müllabfuhr, die Piloten, die Feuerwehr, was auch immer. Und da finde ich, das wäre für mich der einzige Grund, wo ich sagen würde, ja, auch da gibt es einen Auftrag, nicht nur an den Gesetzgeber, mir wäre es viel, viel lieber, die Tarifpartner würden das unter sich regeln, aber dass es da doch einen Auftrag gibt in den Betrieben, für den Betriebsfrieden zu sorgen und eben auch dafür zu sorgen, dass nicht nur einzelne Gruppen davon profitieren, wenn es gut läuft, sondern alle. Da würde ich sagen, da gibt es einen Punkt und das ist wohl auch das, was die Sozialdemokraten jedenfalls mit diesem Gesetzentwurf auch regeln wollen. Schön gesagt, gebe ich Ihnen recht, werden Sie überrascht sein. Aber das kann man eben nicht gesetzlich regeln, sondern das müssen die Gewerkschaften, die Arbeitnehmer, das richtet sich ja, an alle Arbeitnehmer, das müssen Sie unter sich ausmachen. Ja, aber Cockpit will das nicht. Machen Sie aber doch nicht. Ja, und machen Sie vorher was anderes. Vielleicht machen die das irgendwann. Das ist eine andere Frage. Wenn Sie das aus irgendeinem Gründen nicht machen, ist das eine andere Frage, als wenn der Gesetzgeber sagt, und das ist ja im Plan, dass er sagt, es gilt nur der Tarifvertrag der größeren Gewerkschaft, aber wir streiken das Streikrecht nicht ein. Das ist Unfug, weil dann brauchen die ja gar nicht mehr streiken, weil der Tarifvertrag gar nicht mehr gilt. Wenn ich sage, jeder Mensch hat das Recht, vom Drei-Meter-Becken ins Schwimmbecken zu hüpfen, aber vorher hat einer das Wasser rausgemacht, dann macht er es nicht mehr. Also das ist der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist, das müssen die Gewerkschaften, die Arbeitnehmer, Und wenn Sie es nicht machen, dann gilt das Grundrecht und keine Einschränkung des Streikrechts. Das ist meine Position. Aber was jedenfalls in den Eckpunkten steht, ist, dass das nur dort gilt, wo die Tarifverträge sich überschneiden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das wäre bei Ihnen ja nicht der Fall, etwa bei der Lufthansa, wo wir für verschiedene Berufsgruppen verschiedene Tarifverträge haben. Das, was wir im Juristendeutsch gewillkürte Tarifpluralität nennen. Dort soll das ja nicht gelten, sondern es soll dort gelten, wo sich Gewerkschaften in ihren Gebieten gegenseitig wildern und unterschiedliche, sich überschneidende Berufsgruppen in einem Betrieb vertreten. Dort soll dieses Ordnungsprinzip gelten. Das scheint mir sehr sinnvoll zu sein, weil das ist der Aspekt, den Sie genannt haben, Frau Weidenfeld, die Berufsgruppen, die nicht die Chance haben, mit großen Schlüsselqualifikationen große Schäden anzurichten, sich nicht so artikulieren können, die Leidtragende sind. Ich bleibe aber dabei, der Arbeitgeber und die Allgemeinheit ist in vielen Bereichen eben auch der Leidtragende. Ein Beispiel erleben wir heute Abend bei der Deutschen Bahn. Also dort, wo es sich überschneidet, scheint mir das ein sehr sinnvolles Prinzip zu sein. Ich möchte eine Frage an Sie stellen. Es geht, der Vorwurf an Vereinigung Cockpit ist auch, es ginge Ihnen ja gar nicht mal so sehr um Lohnerhöhung oder um diese Altersversorgung, sondern auch darum, den eigenen Arbeitgeber unter Druck zu setzen, diese Billigstrukturen, mit denen die Lufthansa jetzt reagieren will, auf die Konkurrenz, Sie haben ja vorhin angesprochen, zu verhindern, dass es sozusagen Drei-Klassengesellschaft unter den Piloten in Zukunft gibt. Steckt das da dahinter? Denn eigentlich können Sie es ja nicht offiziell bestreiken, Sie können ja nur Tarifverträge bestreiken. Unser Streik hier geht jetzt um die Übergangsversorgung mit dem Ziel, hier auch eine Übergangsversorgung abzuschließen, die eben auch in diesem Bereich keine Drei-Klassengesellschaft von Piloten abschließt. Natürlich werden wir uns mit den Arbeitgebern an anderer Stelle auch über die zukünftige Besetzung von diesen Günstigfluglinien unterhalten müssen. Das ist aber nicht Bestandteil des Arbeitskampfes. Ist das aber, werden Sie denn da sich kompromissbereit zeigen? Denn das ist eine Forderung, die an Sie auch gestellt wird. Wir haben dem Arbeitgeber schon ganz konkrete Angebote gemacht, ganz konkrete Angebote. Da aber auf der Arbeitgeberseite keinerlei Bewegung ist, sehe ich im Moment nicht, wie man zusammenkommt. Wenn eine Seite nur fordert und sich überhaupt nicht bewegt, ist es relativ schwierig, zusammenzukommen. Dann wiederhole ich noch mal die Frage, sind Sie die Gefahr, dass die Lufthansa ins Trudeln kommt, unternehmerisch, finanziell und auch in ihrer Existenz? Nicht durch unsere Streiks. Naja, aber... Aber ich würde gerne hier auf Sie noch mal antworten, was das Thema anbegeht, Sie waren es gewesen, Entschuldigung, mit den anderen Berufsgruppen. Die Vereinigung Cockpit macht ja ihre Tarifverträge schon seit über 40 Jahren. Damals noch unter dem Header der DAG, aber seit der Loslösung 1999, also lange, lange vor dem Bundesarbeitsgerichtsurteil, eigenständig als Vereinigung Cockpit. Schon immer nur für die Piloten. Es war über 40 Jahre lang überhaupt kein Problem und plötzlich fängt eine Lufthansa an zu schreien, dass es quasi den Untergang ihrer Gesellschaft bedeutet, dass die Piloten sich alleine vertreten können. Das ist keine andere Gesellschaft. Wir schließen in allen Gesellschaften Tarifverträge, ohne dass die Öffentlichkeit davon mitkriegt, ohne dass es einen einzigen Streiktag irgendwo gegeben hätte mit anderen Fluggesellschaften. Es ist die Lufthansa, mit der man heutzutage keine Tarifverträge mehr schließen kann. Und das hat ja nicht nur eine Vereinigung Cockpit kennengelernt, das hat die UFO genauso erfahren. Das ist die Flugbegleiter-Gewerkschaft. Und das hat auch die Verdi als Großgewerkschaft erfahren, dass es nicht mehr möglich ist, eine Lufthansa auf dem Verhandlungswege derzeit Tarifverträge abzuschließen. Das ist bedauernswert, das ist extrem traurig, aber das ist kein Problem einer Tarifeinheit oder von Spatengewerkschaften. Der Arbeitgeber äußert sich aber andersrum ähnlich. Das ist schwierig, wenn man bei den Verhandlungen nicht dabei ist, zu beurteilen. Aber vielleicht gibt es nur einen Aspekt, der auch noch eine Rolle spielt, dass es nämlich im Ausland in vielen Ländern geregelt ist, in Frankreich, in Italien, in den USA, in den allermeisten Ländern haben wir bestimmte Verfahrensregelungen, dass man wenigstens sich einstellen kann. Also ich sage mal Ankündigungspflichten. Wir haben Ankündigungsfristen. Wir haben jetzt erlebt, heute Morgen um 4.38 Uhr ist dieser Bahnstreik angekündigt worden. Wir haben aber in Berlin auch schon Fälle gehabt, wo um Mitternacht angekündigt worden ist, dass ab morgens früh gestreikt wird. Das ist für alle Beteiligten den Arbeitgeber schwierig, Notfallpläne aufzustellen. Das ist für die Allgemeinheit schwierig. Also Ankündigungsfristen, Schlichtungsverfahren. Wie wird überhaupt eine Grundversorgung sichergestellt? Auch das ist etwas, was im Interesse aller Beteiligten wichtig ist. Also Schlichtungsverfahren stehen ja immer am Ende eines Konfliktes, bevor es mit dem Streik beginnt, wenn alle gescheitert sind. Also das Schlichtungsverfahren muss schon sehr viel früher einsetzen. Nein, in Italien etwa haben wir Schlichtungsverfahren, in anderen Ländern gibt es oder in Spanien Schlichtungsverfahren, die für den Fall des Scheiterns der Verhandlungen vorgeschrieben sind. Sie wollen ja nicht in die Schlichtung. Ja, aber Sie müssten dann in die Schlichtung. Moment, jetzt reden wir über Schlichtung. Also das ist ja recht und schön. Das ist eine weitere Möglichkeit natürlich. Aber wenn der Schulz sagt, die Lufthansa verhandelt nicht, dann müssen Sie in die Schlichtung. Es gibt doch bei uns auch Schlichtungsverfahren. Wir haben in der Metallschlichtungsverfahren. Ja, aber das hat doch in manchen Fällen durchaus positive Wirkung gezeigt. Ja, also das Problem bei solchen Schlichtungsverfahren ist immer das, welchen Spruch kriegen Sie beim Schlichtungsverfahren? So ist es. Es geht hier um Streikrecht, nicht um Schlichtungsrecht. Und ich sage, wenn Sie die anderen Länder aufführen, da haben wir Generalstreik in Frankreich, da haben wir Generalstreik in Italien. Ich nochmal, wir haben mit die geringsten Streiktage in Europa noch. Also das heißt, wir jammern auf hohem Niveau, was den Streik angeht. Nein, ich sage mal, was hier passiert, die Arbeitgeber jammern auf höchstem Niveau. Sie tun so, als würde der Arbeitnehmer... Ich weiß nicht, ob Sie schon mal gestreikt haben. Ich kann Ihnen sagen, ein Streik ist für einen Arbeitnehmer ein großes Risiko. Und bevor ein Arbeitnehmer, ob das ein Pilot ist, eine Krankenschwester oder ein Lokführer, bevor der sich bereit erklärt, sein Job, der macht ja seinen Job in der Regel gern. Der Pilot, der Luft, die Krankenschwester, auch der Automobilarbeiter. Der macht seinen Job eigentlich gern. Und wenn der sagt, ich gehe mit meinem Arbeitgeber, von dem ich mein Brötchen kriege, in Konflikt und zwar in der Weise, dass ich mich verweigere, dann ist das schon eine sehr, sehr, sehr große Hürde. Und deshalb brauchen wir beim Streikrecht nicht noch weitere gesetzliche Hürden. Die Arbeitgeber haben da immer einen Vorteil. Weil die können sagen, ja klar, die Arbeitgeber entscheiden, wird verlagert, werden die Löhne abgesenkt durch das, dass man Tarifverträge kündigt, Änderungskündigung macht. Sie sind doch Arbeitsrechtler. Sie kennen doch die ganzen Folterinstrumente, die die Arbeitgeber haben. Aber so groß sind die Risiken für die Arbeitnehmer. Na bitte, das können wir uns im Detail an andere Stellen unterhalten. Ich sage Ihnen nur, das Streikrecht braucht bei uns keine weitere Einschränkung. Und eine Schlichtung kann man freiwillig vereinbaren, wenn man das will. Auch das ist freiwillig. Auch das gehört zur Koalitionsfreiheit. Und wenn Sie sie gesetzlich regeln wollen, gesetzlich einführen wollen, die anderen Länder haben höhere Streiktage als wir. Noch. Was heißt, Herr Steindrück, was kann jetzt rauskommen bei dieser gesetzlichen Regelung, wenn die kommt? Was kann man da erwarten und was kann man nicht erwarten? Das muss ja auch verfassungsgerichtsfest sein. Also in der Tat, ich glaube, das größte Problem ist die Hürde des Artikel 9 Absatz 3, dass die Bundesregierung natürlich bemüht sein wird, ein Gesetz rauszubringen, was verfassungsgemäß ist. Und es ist auch klar, dass die Berufsgruppen und Gewerkschaften Artikel 9 Absatz 3 steht, dass das Recht, Koalitionen zu bilden, ein Grundrecht ist und dass Abreden, die das einschränken, nichtig sind. Also das Recht, das steht auch für Berufe, genau das ist so vor der Sehne. Ja, das ist ja auch für Berufe. Und die Schwierigkeit wird jetzt sein, dass man dieses Ordnungsprinzip der Tarifeinheit dort festschreibt, in Betrieben bei sich überschneidenden Tarifverträgen, dass man ein paar Verfahrensregelungen macht. Ich vermute, dass das sein wird, was da rauskommt, ob man die Friedenspflicht antastet oder nicht. Darüber haben wir in den letzten Tagen viele in Zeitungen gelesen. Das muss man abwarten, was kommt. Aber ich denke, es werden einige Verfahrensregelungen kommen. Und die, nochmal, da muss ich Ihnen widersprechen, die scheinen mir sinnvoll zu sein. Übrigens, eine Schlichtung muss keine Zwangsschlichtung sein. Das kann auch nochmal der Versuch sein, zu einem Ergebnis zu kommen. Und wir haben das ja bei der Bahn zumindest mal erlebt, dass es erfolgreich war. Das ist jetzt die theoretische Frage. Wie sieht das jetzt praktisch aus? Wie geht es weiter? Wenn jetzt also beide Seiten nicht nachgeben, was müssen wir jetzt erwarten? Also wenn der Arbeitgeber hart bleibt, sie bleiben hart, irgendwann muss es ja zu einer Lösung kommen. Dieser Zustand, der jetzt herrscht, kann ja auch im Interesse Ihres Unternehmens nicht ewig dauern. Nein, natürlich nicht. Es gibt gerade im Unternehmen auch vieles, kritische Stimmen, die sagen, es wird Zeit, dass man sich mit der Vereinigung Cockpit zusammensetzt und nach Lösungen sucht. Nur muss sich eben dieser Gedanke noch so weit festigen, dass das die Mehrheit quasi des Managements will, dass man auch zu Lösungen kommen kann. Wir sind durchaus bereit, Lösungen zu schaffen. Auch hier müssen wir Kompromisse eingehen, das ist völlig klar. Aber das müssen wir in so einem Konzept immer beide Seiten machen. Da müssen wir drauf pochen, dass sich eben genau dieser Prozess bei dem Lufthansa-Management durchsetzt. Welcher Kompromiss schwebt Ihnen da vor? Wo wäre da eine Lösungsmöglichkeit? Ich werde keine Tarifinhalte hier in der Sendung jetzt diskutieren. Ich glaube, da haben Sie Verständnis für. Aber es ist schon so, dass Sie auch von bestimmten Positionen auch wieder abrücken können, um diesen Kompromiss zu finden? Selbstverständlich, selbstverständlich. Wir sind bereit, wir sind offen mit der Lufthansa, viele Themen zu diskutieren. Nur im Moment tritt die Lufthansa nach wie vor immer mit den gleichen Forderungen an uns heran, ohne dort Bewegung zu sein. Also Sie wollen mit der Lufthansa reden, aber die Lufthansa mit Ihnen im Moment nicht? Sie wollen schon mit uns reden, aber es gibt nur genau den Wert, den Sie festgesetzt haben, da wo Sie hinwollen. Entweder wir folgen dem. Die Aussage war wörtlich gewesen, entweder Sie folgen uns oder wir machen es trotzdem. Das sind natürlich nicht die besten Voraussetzungen für eine Verhandlung. Wir werden natürlich trotzdem versuchen, hier wieder in einen konstruktiven Prozess zu kommen. Aber es ist derzeit bei Lufthansa eben nicht sonderlich einfach. Braucht man vielleicht Hilfe von außen? Schlichter Mediator oder wie sich das immer nennt, Moderator? Zum jetzigen Zeitpunkt können Sie sowohl die Lufthansa als auch uns fragen. Sie kriegen die gleiche Antwort. Wir erlauben beide, dass das nur die zweitbeste Lösung ist. Wir müssen schon selbst die Verantwortung für unsere Tariflösung übernehmen. Das ist aber auch im Moment die Meinung der Lufthansa. Gibt es eine gesetzliche Möglichkeit oder eine rechtliche, das sozusagen, ja nicht zu erzwingen, aber die Tarifpartner wieder an einen Tisch zu bringen? Oder kann das eine Hängepartie sein, die auch noch Monate dauern kann? Nein, das ist der schöne blaue Himmel des Artikel 9 Absatz 3. Hier sind eben wirklich die Tarifpartner in der Verantwortung. Sie müssen eine Lösung finden. Es gibt eine einzige Grenze, das ist die Verhältnismäßigkeit. Das ist nur so konturenlos wie ebenfalls der blaue Himmel. Aber natürlich, wenn eine der Seiten es vollkommen überzieht, und ich meine, das ist im Moment aber eher Ihre Seite, weil Sie sind die, die streiken. Die sind ja nicht mehr die Böse. Nein, das sage ich damit gar nicht. Aber derjenige, der mit dem Arbeitskampf beginnt, der muss eben die Verhältnismäßigkeit wahren. Also dass man das Gericht anruft und sozusagen gegen Streikmaßnahmen einstweilige verfügen. Aber da sind wir bei einem zentralen Problem, dass dieses Richterrecht, glaube ich, dieses nicht wird schultern können. Weil Richterrecht, wir haben eigentlich nur den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und wir sind hier häufig im Einzweigenverfügungsverfahren. Da muss ein Richter in einem sogenannten summarischen Verfahren innerhalb weniger Stunden eine Entscheidung treffen. Die sind völlig unvorhersehbar, diese Entscheidung, für alle Beteiligten und für die Allgemeinheit. Und das ist ein Zustand, gerade weil hier in Rechte so vieler Menschen eingegriffen wird, der schwer. Wenn so viel unvorhersehbar ist, wir sind am Ende der Sendung, dann muss man den Fernsehzuschauern empfehlen, immer ins Internet zu sehen, ob die Bahn fährt oder das Flugzeug fliegt. Liebe Zuschauer, soweit die Phönix-Runde, bleiben Sie bei uns.